Eine Augenleserbehandlung ist prinzipiell nicht schmerzhaft. Natürlich ist das Schmerzempfinden von jedem Patienten ein bisschen unterschiedlich. Es sind viele Patienten, die sagen, war es das schon, war es das schon, ist die OP schon vorbei, weil sie einfach minimal was gespürt haben. Natürlich man spürt, dass etwas am Auge passiert, aber da sind in der Wirklichkeit kaum Schmerzen. Ich lade Sie herzlichst ein, unser Team persönlich zu kontaktieren. Während des ersten Gesprächs können Sie erste Fragen stellen und Sie können auch den ersten Eindruck gewinnen, wie wir mit dem Patienten umgehen und was Sie bei uns zu erwarten haben.